Dieter, das geht so nicht. Komm noch hin. Tocht Bauer böse. Tut mir leid. Er will starten. Dreht deinen Filus mal wieder am Rat. Und du? Hast du immer wieder ein Andenken aus der Startmitgeber? Ha? Ich hab doch gar kein Start angemeldet. Kennst du ihn doch? Tut mir leid, Notfall. Und was sag ich jetzt meiner Frau? Ich will ihn im Ausschlag, meine ich. Das ist die Wahrheit. Außerdem sind das Bisse. Holst du morgen eine Tektur ab? Rasieren, draufschmieren. Dann ein bisschen. Sie lässt mich doch nie wieder alleine auf dem Wochenmarkt.